Ein herzliches Grüß Gott bei ARS24.com. Wir unterhalten uns heute über die Doppel-DIN-Geräte KW R600 und 400. Das ist die Modell-Serie 2012 und ich erzähle euch einfach mal angefangen bei KW R400, was das Gerät kann. Das Gerät hat einen USB-Eingang auf der Front, hat einen AUX-In auf der Front und einen zweiten AUX-In auf dem Heck, so dass ich praktisch das Gerät auch mit einem Bluetooth-Adapter und zwar mit dem KS-BTA100 ergänzen kann. Der erfordert nämlich einen AUX-In und in dem Fall kann ich dann den hinteren AUX-In nehmen und habe immer noch den vorderen frei. Damit würde dann das ganze Gerät, der KW R400, über das Bluetooth-Modul verfügen und somit auch als völlige Freisprechanlage und als Bluetooth-Audio-System möglich sein, so dass ich also von meinem Handy aus direkt die Musik über das Gerät wiedergeben kann, ohne dass ich überhaupt ein Kabel dazu brauche. Das Gerät an sich ist natürlich nicht mit Bluetooth ausgestattet und kann eben entsprechend nur ergänzt werden mit dem KS-BTA100. Diese lustige Taste mit der Sonne drauf ergibt folgendes. Wenn ich einmal draufklick, dann fängt das System zum Blinken an. Entweder das blinkt oder die Tasten blinken. Und wenn ich jetzt hier draufklick bei der Display-Zone, dann kann ich jetzt das Display abdimmen in 31 verschiedenen Schritten. Wieder draufgeklickt und auf die Button-Zone umgeschalten, also Tastenbeleuchtung. Wenn ich hier draufklick, kann ich dann die auch nochmal komplett dimmen und, naja, meinem Geschmack halt anpassen. Die Menü-Funktion lang auf die Menü-Taste klicken und dann kommt als allererstes schon mal die Demo-Aufforderung. Die Demo ist grundsätzlich bei jedem Gerät als Werkseinstellung gesetzt, so dass also das Gerät in der Demo-Version alles zeigt, was es kann. Also es läuft im Display alle möglichen Angaben drin, die eigentlich irgendwann mal mit der Zeit ziemlich langweilig werden. Insofern kann ich dann den Demo-Modus, wieder draufklicken, auch abschalten. Wieder draufklicken, fertig. Mit der Return-Taste komme ich immer wieder einen Step zurück, also aus dem Menü wieder raus. Im Menü kann ich natürlich nur andere Sachen einstellen, aber das zeige ich euch jetzt dann am KW-R600. Das kann nämlich noch ein bisschen mehr und das zeige ich euch jetzt. Gegenüber dem KW-R400 hat das KW-R600 noch diese Vario-Color-Einstellung. Es kann also jetzt das Display und die Tasten unabhängig voneinander farblich eingestellt werden. Dazu gehen wir dann über den Menü-Knopf, wieder mal lang klicken und über den Lautstärke-Regler suchen wir uns jetzt die Color-Variante her. Und da kann ich jetzt einmal für die Button-Zone, also für die Tasten, oder für die Display-Zone die Farbe auswählen. Jetzt sage ich hier zum Beispiel, okay, jetzt habe ich mich für die Display-Zone entschieden und da kann ich jetzt dann auswählen, zum Beispiel Knallrot. Dann gehe ich wieder zurück. Achso, Moment mal. Nein, ich muss nicht mehr die Display-Zone. Ich wähle mir nochmal rot aus. Ich muss es natürlich bestätigen mit dem Knopfdruck. Und jetzt gehe ich dann in die Button-Zone nochmal und wähle mir hier eine weitere Farbe aus. Und ihr seht jetzt hier die ganzen Farbeinstellungen. Jetzt kann ich hier nochmal schön rot machen, wie es in den Audis halt so Fall ist heutzutage. Oder Giftgrün und Rot, wer es mag. Aber ich kann es machen an dem Gerät und damit bin ich natürlich höchst flexibel, das Gerät mal ins nächste Fahrzeug einzubauen, einfach umzubauen. Wir koppeln jetzt mein Bluetooth-Handy mit dem Gerät, mit dem KW-R600, wo das Bluetooth bereits integriert ist. Wir gehen im Handy auf Einstellungen, suchen uns die Bluetooth-Funktion raus. Und jetzt werden mir praktisch alle hier, im Vorführraum sind es natürlich einige, auch dann jetzt gleich das JVC angezeigt. Hier die JVC-Units. Da klickt man einfach drauf, wählen uns das aus. Und jetzt wird dann automatisch... Jetzt ist mein Gerät erkannt. Jetzt sage ich hier an meinem Gerät koppeln. Ich bestätige die Zahl, die gerade hier im Display mit abgefragt wurde. Und damit bestätigen wir nochmal das Pairing, also das Koppeln der Geräte. Und jetzt zeigt schon an, JVC-Unit verbunden. Bluetooth ist natürlich auch Bluetooth-frei sprechen. Ja, keine Punkte mehr kassieren. Kostet übrigens, glaube ich, um die 80 Euro. Gibt auch einen Punkt. Fett. Wir rufen jetzt mal den Rainer an. Einfach mit der Freisprechanlage. Hier, ich suche mir den Rainer raus. Rainer, unser Elektriker. Rainer, wo bist du? Rainer. Rainer mit EI. Da ist er ganz, ganz stolz drauf. Nummer wählen. Jetzt zeigt er hier im Display auch schon an. Dayling. Und unser Mikrofon haben wir jetzt mal hier installiert. Macht man normalerweise an der Mittelkonsole oder am Spiegeldreieck. Nicht am Spiegeldreieck. Am Mittelspiegel fest. Und jetzt steht auch hier sogar Talking. Ja, Rainer, grüß dich. Kannst du dir vorstellen, was wir gerade im Moment machen? Ähm, wahrscheinlich machst du wieder ein Video. Ja, wir machen ein Video. Bist diesmal nicht in der Waschstraße, oder? Nein. Nein. Was machst du dann? Das wollen wir, glaube ich, gar nicht wissen, was du gerade machst. Du hast gerade irgendwelche Rohre verlegen, mein Lieblings-Elektriker. Ja, schön. Ja, wir müssen kurz aufhören. Okay, das war aber auch schon alles. Jetzt darfst du weitermachen. Sehr gut. Danke. Das war ja nur der Beweis, dass die Bluetooth-Einrichtung super funktioniert. Rainer, einen schönen Nachmittag noch. Ciao. Ja, dir auch. Danke. Ciao. Bis dann. Und wieder auflegen. Einfach auf die Telefon-Taste wieder draufdrücken. Wir schalten jetzt mal um auf Bluetooth-Betrieb. Und ich habe jetzt in dem Moment schon, wenn ich jetzt auf Bluetooth-Betrieb umschalte, habe ich praktisch den Sound von meinem Apple-iPhone oder jedem anderen Smart-Handy und kann jetzt über die Tasten vor und zurück hier den nächsten Song anwählen oder eben zurückgehen. Oder ich suche mir dann über meine verschiedenen Alben das nächste Album her und suche mir einen Song aus. Dann schaltet das Gerät hier gleich wieder um auf den nächsten Song und ich kann wiederum alles hier bedienen und habe den Sound über meine Lautsprecher vom Fahrzeug und kann natürlich laut und leise machen. Die ganzen Klang-Features vom Radio aus nutzen. Super. USB-Audio. An dieser Stelle möchte ich nochmal ganz kurz anmerken, in unserem Sortiment gibt es natürlich auch diese Mini-USBs mit 4 oder 8 GB, die natürlich gerade bei solchen Front-USB-Autoradios hervorragend sind, weil sie eben nicht ewig lang abstehen und irgendwie kleine Kinder alles kaputt machen können, sondern einfach ganz wenig aufträgt und trotzdem super funktioniert. Und das sind sehr schnelle USB-Sticks. Findet ihr bei uns im Webshop. USB-Stick eingesteckt. Schaltet ihr sofort auf USB um. Und damit kann ich hier schon Musik hören und mich ganz lustig in dem USB-Stick entweder in den Ordnern mit den Tasten rauf und runter bewegen oder dann eben innerhalb vom Ordner rechts und links mich vorwärts oder rückwärts bewegen oder wie ihr das natürlich von jedem anderen Autoradio auch kennt, spulen, länger drauf bleiben. Und jetzt kann ich natürlich auch meine Quelle wieder wechseln und kann sagen, ich möchte Radio hören, lasse meinen USB-Stick stecken und kann dann einfach wieder später auf den USB zurückgreifen und sagen, ich möchte wieder meinen USB-Front hören. Liebes JVC, sei ein Genie und lade die App runter und zwar die JVC-App mit der JVC-App. Wir haben das ein bisschen experimentiert, ist ganz cool. Die haben wir jetzt bereits hier auf das Android-Handy installiert und jetzt können wir dieses Handy als Fernbedienung nutzen. Denkt mal an die Situation Sommer-Sonne-Palmen am Baggersee und mit offenen Türen steht das Auto irgendwo 10 Meter entfernt, mit Bluetooth aber noch verbunden, aber mit einer Infrarot-Fernbedienung bereits längst nicht mehr bedienbar, kann ich jetzt hier über mein Handy den nächsten Song abspielen. Mir zeigt es jetzt hier in dem Fall sogar schon an, welcher Song gerade läuft über mein Steuergerät. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel auch meine Source, also meine Quelle umherschalten und sagen, okay, ich möchte jetzt nicht AUX-IN, ich möchte AM, ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig für Mittelwelle, aber ich schalte jetzt mal auf FM um und habe jetzt Radio Galaxy hier bereits schon drauf und kann mir auch den nächsten Sender suchen und einfach nur über mein Display von meinem Handy bedienen. Wir haben für euch jetzt mal das KWR600 aus der Wand rausgenommen, um zu zeigen, was sich auf der Rückseite des Gerätes verbirgt. Wir haben hier beim KWR600 zwei Paar Cinch-Ausgänge gegenüber dem KWR400, der hat eben nur ein Paar Cinch-Ausgang. Wir haben hier einen Antennenanschluss, wir haben beim KWR600 hier den Rear USB mit einem entsprechenden verlängerten Kabel, sodass man das Kabel auch wirklich bis ins Handschuhfach zum Beispiel ziehen könnte. Und was jetzt hier noch integriert ist, ist der Bluetooth-Dongle, der in dem Fall eben auf den Rear USB gesteckt wurde, damit der Front-USB für USB-Musikmedien zur Verfügung steht. Der KWR600 hätte jetzt hier eigentlich nur noch einen AUX-IN-Eingang, eben für die Erweiterung des Bluetooth-Moduls KSBTA100. Beim KWR600 haben wir noch zusätzlich die Klinkenbuchse hier für das externe Mikrofon, das eben auch im Lieferumfang mit dabei liegt. Das haben wir hier nochmal extra. So schaut es nachher aus. Das kann ich irgendwo installieren. Hier sind eineinhalb Meter Kabel mit dabei und wird eben mit dem Klinkenstecker verbunden. Der ISO-Anschlussstecker hier mit seinen vier Lautsprecher-Ausgängen und die Stromversorgung für das Gerät mit Dauerplus, mit Masse, mit Zündungsplus und eben Remote-Steuerung für externe Endstufen. Und was hier so alleine herumhängt, das ist extra das Kabel für externe Lenkrad-Fernbedienungen. Wenn also das Fahrzeug, wo ich das Gerät einbaue, mit einer Lenkrad-Fernbedienung bereits ausgestattet ist und ich ein entsprechendes Lenkrad-Interface dazu gekauft habe, das schließe ich hier an. JVCs Geräte sind also nicht nur optisch sehr ansprechend, sondern sie sind natürlich auch mit allen tollen Features und Up-to-Date ausgestattet, klanglich hervorragend und alltagstauglich. Super zum Bedienen, selbst im Menübereich sehr schnell und gut organisiert. Und der KW-R600 hat sogar noch eine Infrarot-Fernbedienung im Lieferumfang mit dabei. Ich wünsche euch viel Spaß beim Stöbern und falls ihr euch für die Geräte entscheidet, könnt ihr uns gerne für weitere Fragen anrufen auf der 08331 99 0300 oder ihr schickt uns auf info.ars24.com eine E-Mail. Bis zum nächsten Mal. Da gibt es bestimmt irgendwo ein scheiß YouTube-Video. Heutzutage gibt es jeden scheiß auf YouTube.